Hallo, ich bin's Hanni. Habt ihr euch sicherlich gedacht, ne? Und zwar findet heute meine Auslosung statt von dem Monat Mai, ne? Ich bin heute im Chill-Modus, nicht geschminkt, Haare bloß gewaschen, Zopf hier oben, Dutt hier oben drin, ne? Ja, heute gibt's nicht so viel, nein, ne? Heute bleibt mal das Gesicht Make-up frei. Und zwar habe ich hier meine Lohskohle, habe ich schon mal gesagt, und ich möchte jetzt einen Gewinner ziehen aus meiner Verlosung, ne? Jetzt von dem Monat Mai, genau, habe ich schon mal erwähnt. Ich zeige euch nochmal, ne? Das konntet ihr gewinnen, ne? Genau, und ich schüttel nochmal richtig durch und ich bin gespannt, wer die, der meistens die Gewinnerin ist, ne? Gucken wir uns mal an. So, schüttel, 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 so, zack. Zack, zack. So, Simsalabim, Loskugel. Nochmal so. So, ne? Es haben nicht so viele mitgemacht, da seid ihr alle, ne? Also hier, wie gesagt, waren nicht viele dieses Mal, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich rühre nochmal um, so, so. No, 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 windig ist heute draußen. Mhm. So, ah, ich habe jetzt, jetzt habe ich jemanden. So, 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 so. Kann ich euch weglegen, ne? Hier ist jemand. Da, da, da. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Und zwar gewonnen hat die Nicolita Sunset. Guck mal hier, ja. Liebe Nicolita Sunset, bitte melde dich bei, ich glaube, du bist bei Instagram. Ich habe erst vorhin gesehen, dass du von mir ein Bild geliked hast bei Instagram, glaube ich. Ja, ich glaube, das warst du, ne? Glaube ich ja. Ähm, bitte melde dich bei mir, ne? Bis nächste Woche Sonntag hast du Zeit, dich bei mir zu melden. Und ansonsten muss ich leider, leider neu auslosen. Und dann brauche ich nämlich deine Adresse. Ja, ihr Lieben, es findet noch öfters eine Verlosung statt, ne? Ich mache jetzt wieder jeden Monat eine Verlosung. Ja, ähm, ja, genau. Und, ja, wie gesagt, wenn wir irgendwann mal die 2000 schaffen sollten, wird es dann tatsächlich drei Gewinner geben. Ja. Und, ähm, es stehen noch weitere Infos unten in der Infobox. Ich sehe aus, ne? Stieze, und ihr kennt mich ja schon im Geschmink, ne? Findet ihr unten in der Infobox, beläst euch nochmal richtig. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon von mir. Ein sehr kurzes und knappes Video. Und du bist jetzt zufälligerweise neu auf mein Video gestoßen, ne? Guck einfach mal, was ich ihr sonst zu bieten habe. Genau. Kann euch gerne nochmal die Auslosung, äh, die Verlosung euch nochmal einblenden zum Schluss hier, ne? Weil, ähm, und auch natürlich meinen Kanal zum Abonnieren, ne? Weil, da habe ich nämlich dazu auch eine Tuchmaske getestet. Kannst du nochmal gucken, wenn dich das interessiert, ne? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ihr lieben, liebe Nicolita Sunset, bitte melden, ne? Bei Instagram. Genau. Ähm, noch einen schönen Rest Sonntag, ne? Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video von mir. Macht's gut. Tschüssi, eure Handi. Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video von mir. Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video von mir. Und wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video von mir. Vielen Dank.